Wir haben nichts Neues erfunden. Es gab Online-Shops, Sex-Toys und Online-Erotik-Shops. Aber wir haben das zum Laufen gebracht, weil wir es einfach anders gemacht haben. Was ich gemerkt habe, ist, viele Leute schauen dann auf Leute, die Erfolg hatten und sehen, dass sie zum Teil extrem ausführliche Morgenroutinen haben und weiss nicht was alles. Bei mir kam das erst nach dem Verkauf oder nach dem Erfolg, als ich effektiv diese Zeit hatte. Und wenn ich zurück schaue an die Zeit, die wir gegründet haben und aufgebaut haben, war es einfach nur das Arbeiten. Meine Sicht auf das Leben hat es verändert, weil du merkst, wie wichtig dann plötzlich andere Sachen sind. Wir hatten nur diesen grossen Fokus, einfach das Amorana verkaufen zu können. Und als wir das dann geschafft haben, habe ich gemerkt, wie viele Sachen ich auch vernachlässigt habe während dieser ganzen Zeit. Die meisten werden ihn aus der Sendung «Höhlender Löwen» kennen als Investor, aber er hatte auch noch ein anderes Unternehmen, und zwar Amorana. Wer vielleicht dort schon mal etwas bestellt hat, kennt ihn auch noch von dort. Er hat das aber vor kurzem verkauft und ist heute vor allem als Investor und Unternehmer weiterhin tätig. Aber wir finden heraus, was er genau macht. Herzlich willkommen in der Sendung, Luca Speiser. Danke vielmals, Flavio. Schön, dass du da bist. Die erste Frage bei mir ist immer. Wir zeichnen das jetzt am Morgen früh auf. Du hattest kürzlich Geburtstag. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Ja, danke vielmals. Und Flow-Level 1 bis 10? Ähm, Flow-Level bin ich momentan auf 6. Ist das immer am Morgen so ein 6? Nein. Oder kommt es darauf an, was du machst? Also es kommt darauf an, was ich mache. Und jetzt für den heutigen Tag bin ich eigentlich im guten Flow. Ähm, also allgemein gesehen bin ich jetzt eher auf einem 6. Ähm, ja, bin so ein bisschen in einer Erfindungsphase im Moment. Ähm, ein bisschen viele Veränderungen. Und darum ein 6. Aber sonst bin ich eigentlich ein Morgenmensch. Ich stehe am Morgen früh auf, mache Sport und so. Also, so Tagesform bin ich auf einem 8. Ich habe irgendwo gehört, du bist aktuell in einer Free-Flow-Phase. Was ist das? Ähm, ja, das ist einfach, ich mache so ein bisschen, was mir Spass macht. Und ich versuche nicht zu viele Termine zu haben, nicht zu viele Verpflichtungen. Weil ich habe gemerkt, ich muss mich ein bisschen aktiv zurückhalten. Gerade wieder zu viel zu machen, oder? Weil ich bin ein extrem aktionstriebener Mensch. Also ich habe immer mega viel gemacht und immer neue Sachen machen wollte. Und ich habe gemerkt, dass mit der Zeit, wenn man das wirklich lange macht, dann ist es auch eine Belastung. Also es ist eine körperliche Belastung. Und darum habe ich mir vorgenommen, jetzt ein bisschen zurückzunehmen. Auch ganze Tage zu blockieren, wo ich keinen Termin habe. Und so ein bisschen schauen, was auf mich zukommt. Weisst du, was nächste Woche zum Beispiel machst du? Ähm, nein. Nein, nein. Sehr schön. Also wir gehen auf die Reise, was du alles so gemacht hast. Und wie es auch zu dieser Free-Flow-Phase kam. Warum kannst du dir das heute erlauben oder machen? Zuerst einmal gehen wir zurück. Wer war denn Lukas als kleiner Junge? Ja, als kleiner Junge bin ich recht ruhig gewesen. Ich war mega schüch gewesen. Und ähm, habe auch schon gerne Sport gemacht. Als ganz kleiner Junge angefangen mit Kunsturnen. Ähm, und dort habe ich, äh, das war so eine Passion von mir. Also schon immer sportlich gewesen. Ähm, aber recht zurückhaltend. Ja. Das erklärt einiges, warum du da so schön trainiert bist. Ja, genau. Das ist eine typische, äh, wie heisst es, Kunst-Turne-Modi, oder? Kunst-Turne, ja, ja. Machst du das immer noch? Nein, das mache ich nicht mehr, nein. Aber immer noch fleissig, Gym und so weiter? Ja, jetzt mache ich einfach Gym. Also nach dem Kunst-Turne habe ich dann Tennis gespielt. Dann habe ich Basketball gespielt. Dann habe ich Lichtathletik gemacht. Und ähm, zu diesem allem habe ich eigentlich immer Krafttraining gemacht. Also Fitness. Einfach, dass ich in diesen Sportarten besser werde. Und das Fitness ist das, was geblieben ist. Wo mir jetzt eigentlich am meisten Spass macht. Und äh, ja, und so probiere ich, äh, probiere mich fit zu halten und gesund zu bleiben. Und dann, äh, der Teenager-Lukas. Was war das für einen? Wie hat er sich eigentlich entwickelt? Ja, also... Es ist eigentlich noch ähnlich gewesen. Ich war recht, äh, recht, äh, schüch und nerdy gewesen. Ähm, aber äh, Dann habe ich, ähm, wegen dem Sport und weil ich Amerika so cool gefunden habe, habe ich mich mit 15 Jahren entschieden, ein Austauschjahr zu machen. Und äh, da bin ich einfach zu EF gegangen, habe ein Anmeldeformular genommen, habe das ausgefüllt und bin zu meinen Eltern und habe gesagt, hey, ich gehe nach Amerika, habe ich den unterschrieben. Und dann, ähm, die waren immer mega offen zu allem, aber, ähm, und haben gesagt, äh, ja, super, mach du das. Und dann bin ich, äh, ein Jahr lang nach Amerika, und dort hat sich dann recht der Wandel gegeben, weil, ähm, der American Way of Life ist halt schon viel anders wie in der Schweiz, oder? Äh, die Leute sind viel, viel outgoinger, oder viel mehr outgoing, sind viel offener, sie reden alle miteinander, äh, wenn du noch einmal da stehst, wirst du gerade angequatscht. Und dort habe ich so ein bisschen, äh, dort habe ich dann mich so ein bisschen entwickelt, dass ich so ein bisschen die amerikanische Lebensweise angenommen habe. Und, äh, das hat mir mega Spass gemacht dort. Und ich bin dann schlussendlich, bin ich drei Jahre geblieben, äh, die Highschool abgeschlossen, und bin, äh, als ein anderer Mensch zurückgekommen eigentlich, ja. Und wieso bist du überhaupt zurückgekommen? Ja, ich habe dann nach der Highschool überlegt, ob ich, äh, will, äh, ins College, und habe dann aber, äh, eigentlich, ich komme einfach zuerst mal in die Schweiz zurück, ähm, und dann einfach anschauen, quasi, welches College das ist gegangen und so. Und, ähm, dann bin ich da gewesen, und dann ist es da cool gewesen, und dann habe ich da angefangen zu arbeiten, als Personal Trainer, ähm, und, äh, ja, dann bin ich schlussendlich da geblieben und habe dann in der Schweiz, äh, äh, anfangen zu studieren, schlussendlich. Also Personal Trainer hast du in diesem Fall gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht, oder hat man das jedes Mal einfach machen? Ja. Ja, nein, ich habe auch eine Ausbildung gemacht. Eine Ausbildung gemacht, ja. Und dann, wie lange hast du auf dem gearbeitet, oder hast du das nebenbei gemacht? Ich habe das, ähm, etwa zwei Jahre auf dem gearbeitet, und dann auch während dem Studium, äh, nebenbei noch gemacht, und, äh, eigentlich das ganze Studium habe ich ein paar Kunden, Privatkunden weiter betreut. Ja. Ich habe ja gehört, du bist extrem diszipliniert, und ich habe mich dann gefragt, von wo kommt das, aber ich glaube, das kommt aus dieser Zeit schon, oder? Ja, das kommt, äh, sicher aus dieser Zeit. Also schon bevor ich nach Amerika gegangen bin, habe ich immer, äh, sehr viel Sport gemacht, ähm, und in den USA ist das natürlich nochmal, nochmal ein anderes Niveau, oder? Also, da bist du als 15-Jähriger, hast du schon jeden Tag, äh, Krafttraining, und jeden Tag Basketballtraining, und dann, in einer anderen Saison, hast du dann Lichtathletiktraining, ähm, und ich habe das einfach immer mega cool gefunden, so wirklich, wirklich hartes Training, diszipliniertes Training, so fast so, militärisch, habe ich, äh, echt cool gefunden, und irgendwie habe ich dann einfach diese Disziplin entwickelt, ja. Und würdest du sagen, Disziplin, das hat man auch ein bisschen in sich hinein, oder kann man sich das aneignen? Ja, das ist eine gute Frage, ich, ich glaube, man muss es schon ein bisschen in sich hinein haben, ähm, aber auch wenn man voll diszipliniert ist, es gibt Tage, wo man einfach nicht will, ähm, und nicht, äh, motiviert ist, ähm, ja, und dann braucht es, braucht es extrem viel Willenskraft, das einfach, äh, trotzdem zu machen. Was machst du, was ist dein Tipp dafür, wenn man eben so einen Tag hat? Ja, einfach, also, anfangen. Anzufangen ist so das Wichtigste, oder, wenn ich mal denke, hey, ich habe überhaupt keine Lust zu trainieren, ähm, du musst dich nur dazu bringen, einfach mal Trainingkleider anziehen, und in den Gym gehen, und wenn du dann dort bist, dann fährst du so klein etwas machen, und, ab einem gewissen Punkt, so, nach 10 Minuten, vergisst du, dass du eigentlich gar nicht gehen wolltest, ähm, und dann bin ich ja manchmal wieder motiviert, also, so hat das für mich immer gut funktioniert. Also, ja, das ist ja wie wenn, ähm, wenn irgendwie, ähm, wenn du anfangen willst, ähm, äh, habe ich letztens gelesen, einer hat über JetGPT gesagt, er will anfangen zu joggen, und, äh, hat sich so einen vollen Plan zusammengestellt, und, das hat ihm dann gesagt, das Erste, was er machen soll, ist einfach mal die Joggingschuhe bereitstellen. Und nicht rausgehen, oder nicht gerade joggen, bis du umgehst, und so, sondern einfach die Joggingschuhe bereitstellen, so dass du sie immer siehst, und wenn du vorbeilaufst, siehst du sie und denkst, das Joggen. Und das ist so der erste, kleinste Schritt, oder? Und dann hast du nicht so das negative Erlebnis, dass es irgendwie zu streng ist, oder es geht dir am nächsten Tag schlecht, oder so, sondern das positive Erlebnis, hey, ich bin einmal rausgegangen, bin vielleicht einfach einmal um den Block gelaufen, wieder zurück, aber hey, ich habe es gemacht, oder? Und auf dem aufbauen, so mit einem kleinen Schritt starten, das ist, äh, super hilfreich. Super Input. Du bist dann eben Personal Trainer gewesen, und dann, was ist nachher passiert? Ja, nachher, ähm, habe ich mit einem Kollegen zusammen eine Promotion Agentur, äh, geleitet. Ähm, die haben wir... Hätte ich heissen, gibt's die noch? Äh, die gibt's nicht mehr, nein, die gibt's nicht mehr. Ähm, aber die haben, dort haben wir Promotions gemacht, für alle grossen, also viele grosse Firmen, wie Apple zum Beispiel, Orange ist er damals noch gewesen, ähm, Ericsson, Epson Printers, ähm, also wir haben das ganze Personal geschult, und gestellt für Promotionen, für das Orange Cinema zum Beispiel, oder wir haben die ganze Apple Einführung in der Schweiz gemacht, mit allen Shop in Shop, in Manor, haben wir alles Personal gestellt, also es war eine recht grosse Geschichte, ähm, ähm, haben über tausend Promotoren gemanagt, und, ähm, das habe ich etwa zwei Jahre lang gemacht. Und wie alt bist du da gewesen? Da bin ich 20 Jahre gewesen. Und hast du schon dort deine erste Firma dann vergründet? Ja. Krass, okay. Und, äh, zwei Jahre, und was ist dann passiert? Ja, und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich will gehen… Sie sind ja zu aggressiv auf die Leute zu, der hat so in den Laden zugebracht. Nein, nein, nein. Nein, ich habe, ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich ein paar Sachen nicht so gut verstehe, wie ich es gerne würde verstehen. Oder, vor allem Buchhaltung, und einfach so ein bisschen Business-Seiten, oder? Also, ich habe einfach, ähm, so einen Autodidakt. Ich habe mir das alles selber beigebracht und irgendwie an den Job gelernt. Ähm, aber gewisse Sachen habe ich halt nicht an den Job lernen können. Und da habe ich gedacht, hey, ich möchte, ähm, ich möchte doch noch studieren. Und habe dann, ähm, meinem Kollegen, seinen Anteil, oder meinen Anteil, im Zug verkauft quasi. Ähm, und bin dann studieren. Das hast du schon als erstes Mal richtig gut Geld gemacht? Nein, das ist, ähm, also, wir haben gut verdient, weil wir sind, also, wir sind nur zum Zweiten gewesen, oder? Ich habe die 1'000 Promotoren gemanagt, ähm, und eben für grosse Firmen gearbeitet. Das war recht lukrativ. Ähm, aber, ich habe ihm dann einfach meine Anteile zurückverkauft, ähm, und das war quasi im vordefinierten Preis. Okay. Also, es war jetzt nicht ein, äh, klassischer Exit. Finde ich jetzt noch einen spannenden Werdegang, denn, ich kann mich aus vielen Gesprächen, wo ich mich erinnern, oft war es eher, dass ich mir studiert habe, abgebrochen und dann ein Unternehmen gegründet habe. Mhm. Und du hast ein Unternehmen gehabt, und dann fand ich gar nicht noch studieren. Ja, ja. Das gibt es schon eher selten, oder? Ja, das gibt es. Ja, 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 ja. Ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich dort noch irgendwie etwas mehr lernen möchte. Und ich habe auch einfach, äh, ich habe dann, äh, gehört von Kollegen, die Finance studiert haben und Investmentbanker geworden sind und so. Und das hat mir, äh, schon recht zugesagt. Und ich wollte auch diesen Weg auch noch gehen. Und wenn du jetzt zurück schaust, hat es sich gelohnt, äh, das Studium? Oder würdest du sagen, es wäre sehr wahrscheinlich auch nicht gegangen? Nein, das hat sich definitiv gelohnt. Also, also, oder etwas, wo ich sehr darauf schaust, und das merkt man auch in der Sendung Höhle der Löhne, ähm, sind die Zahlen, oder? Also, ob jemand wirklich seine Buchhaltung im Griff hat, ob jemand seine, seine, seine KPIs versteht. Und, das wirklich von Grund auf verstehen, wie das funktioniert, das hat mir schon noch etwas gebracht. Ja. Würdest du das, ähm, heute genau wieder so machen, oder gibt es eine Abkürzung an der Stelle vom langen Studium? Gut, bei dir, mal eine Woche, äh, Bootcamp. Ja, genau. Ja, also, ich meine, online gibt es schon super gute Ressourcen, wo man vieles lernen kann. Ähm, aber ich würde das wieder machen. Also, ich hatte Freude gehabt am Studium. Ähm, äh, und, ja, ich bereue es überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe. Und nach dem Studium? Ja, nachher, ähm, bin ich, äh, habe ich ein Praktikum bekommen. Ähm, weil schon während dem Studium habe ich eigentlich alles darauf ausgelegt, dass ich mal auf eine Bank arbeiten kann. Ja. Und dann gab es an der Uni Zürich den Finance-Club und dann bin ich im Vorstand von dem Finance-Club. Und dann fange ich so Brown-Bag-Lunches organisieren, wo wir immer Firmen eingeladen haben, um zu präsentieren. Und ich habe, äh, ein bisschen recherchiert und dachte, okay, was ist die geilste Investmentbank, wo man arbeiten kann. Ich dachte, okay, Goldman Sachs. habe ich dann angerufen und habe gesagt, hey, wenn ihr mal kommt für so einen Brown-Bag-Lunch, könnt ihr vor der Uni Zürich Studenten präsentieren. Und dann haben die zugesagt. Und dort habe ich dann den MD von Goldman kennengelernt, den MD von Zürich. Und mit ihm bin ich eigentlich ins Gespräch gekommen und das war ziemlich gut. der Hedge-Fund-Tracker. Und die haben an diesem Tag etwas präsentiert, das ist echt cool, das ist so ein Hedge-Fund-Tracker. Also, Goldman hat aus nur ganz wenigen Investitionen eigentlich die Returns von Hedge-Funds replizieren können. Und ich habe das super spannend gefunden. Und dann habe ich den Goldman-Leuten geschrieben, nachdem Brown-Bag-Lunch und habe gesagt, hey, schickt mir mehr Informationen über den Hedge-Fund-Tracker. Weil ich möchte meine Uni-Arbeit über Hedge-Funds schreiben. Und dann haben die sich nicht gemeldet. Dann habe ich gesagt, ja, okay, einfach dranbleiben, oder, immer hart bleiben, geschrieben, geschrieben, geschrieben. Irgendwann hat mir einen von Goldman angerufen und hat gesagt, hey, du hast mein Chef die ganze Zeit belästigt wegen dem Hedge-Fund-Tracker. Wir dürfen diese Unterlagen eigentlich nicht rausgeben. Aber, wenn du zu uns interviewern für das Praktikum, können wir dir ein bisschen darüber erzählen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Ich komme für das Praktikum. Und dann habe ich das Praktikum angeboten und habe gerade nach dem Studium eigentlich angefangen zu arbeiten. Also, ich höre da recht gute Sales-Qualitäten, die du da hast. Gute Skills. Ja, 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 ja. Für das, was du gesagt hast, als Junge hättest du eher eine Introvertierte gewesen, das hast du in Amerika gelernt. Genau, das ist das. Und das ist natürlich bei Goldman auch gut angekommen. Das ist natürlich die Mentalität. Und nach dem Praktikum hast du gerade einen Job bekommen? Ja, da konnte ich gerade bleiben. Okay. Und dann bist du wie lange gewesen? Vier Jahre. Als Investmentbanker? Ja, als Sales-Trader. Also, ich war auf der Equity-Seite. Das heisst, im Aktienhandel habe ich für Schweizer institutionelle Kunden, Privatbanken, Hedgefonds und so habe ich Aktien gehandelt. Muss man sich das so Wolf of Wall Street vorstellen? Ja, also, jetzt in Zürich ist der Trading Floor nicht so gross. Aber, ja, also, bist du die ganze Zeit am Telefon, musst du immer die neueste Research pitchen, Trades ausführen. Also, da läutest du an und sagst, hey, ich hätte hier etwas, ich habe das Gefühl, das funktioniert. Ja, genau, ja, ja. Also, du kommst natürlich Research rüber, von den Analysten. Und dann läutest du deinen Kunden an, der das interessieren könnte. Oder es gibt einen IPO und dann musst du allen anrufen und schauen, dass diese den IPO zeichnen. Wie viele Calls musst du am Tag machen? Wie bitte? Wie viele Calls musst du am Tag machen? Ja, 100. Ah, wirklich? Ja, also, der Job ist eigentlich am Telefon sein. Krass. Du warst da im Flow und hast du das cool gefunden? Ich habe das cool gefunden, ja. Also, das Telefonieren habe ich einerseits cool gefunden und das Traden habe ich schon auch recht cool gefunden. Wir haben dann selber auch Trades eingegeben für die Kunden. Okay, also das ist nicht nur einfach Tag, Auftrag, Führer, Aus. Ja. Du hast wirklich selber eigentlich traden können. Ja, genau. Und wie viele von denen haben Sie gesagt, hey, was man da wieder vergelbt hat? Ja, eigentlich fast nie. Schon? Ja, weil die holen sich ja meistens mehrere Bankbeziehungen und die holen sich dann Informationen von verschiedenen Banken. Und das sind Profis und die treffen ihre eigenen Entscheidungen. Du gibst einfach Ideen und dann machen die ihre eigene Research und entscheiden. Und das ist eigentlich nie irgendwie ein Problem. Also, es gibt schon mal ein IPO, viele IPOs im ersten Tag plus 20%, plus 30%. Da gibt es halt auch mal einen, der minus 50% am ersten Tag ist. Das ist dann schon nicht so cool. Aber das setzt der Business. Das ist etwa 15 Jahre her, oder? Ich war dort 2007 bis 2012. Ja, roundabout. Ja, roundabout. Ja, ja. Ist das heute immer noch so? Funktioniert das Businessmodell immer noch so, oder ist das heute alles digital? Also, es ist ja sehr, sehr viel digital. Also, von dem, was ich höre, Ich habe immer noch ab und zu Kontakt zu Kunden, die ich dort hatte. Oder ist mich dann auch befreundet mit der Zeit. Und, ähm, also das Telefon wird viel weniger genutzt. Ja. Also, es wird alles digital abgewickelt, ja. Und nach den vier Jahren, was ist dann passiert? Ja, dann ist ja vier Jahre Krise gewesen, oder? Ich habe 2007 angefangen und dann ist 2008 die Finanzkrise gewesen. Und, äh, habe ich quasi vier Jahre Krisezeit gearbeitet. Und, ähm, das war einfach dann nicht mehr so cool gewesen, oder? Also, es ist wirklich immer schlechter gelaufen. Und dann sind die Kunden zum Teil Konkurs gegangen. Hedgefonds sind eingegangen. Und, das ist dann nicht mehr so cooles Umfeld gewesen. Ähm, und, dann habe ich mich entschieden, etwas Neues zu machen. Und, habe aber noch nicht gewusst, was. Und, habe dann mal mit Elon geredet, äh, nachdem ich gegangen bin bei Goldman. Und, dann hat er gesagt, hey, wieso machen wir nicht etwas zusammen, oder? Und, ähm, dann haben wir angefangen, anfangen zu diskutieren, Ideen austauschen. Und, äh, und so ein bisschen schauen, was wir zusammen machen könnten. Also, Alan Sfrey ist dann Mitgründer von dem Unternehmen, das er nachher zusammen gegründet hat. Ist auch schon da im Flowcast gewesen. Die Folge ist irgendwo da verlinkt. Könnt ihr sicher mal schauen. Ist auch schon eine Weile her. Dort ist auch einiges gegangen. Und dann, ihr habt euch von dem Studium gekannt. Ja, genau. Wir haben zusammen studiert. Ja, und dann haben sie zusammen gesagt, ja, komm, machen wir etwas. Ja. Und dann? Ja, und dann, aber man hatte keine Ahnung, was. Wir haben wirklich keine Ahnung, was. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir sammeln einfach immer so ein bisschen Ideen und jeden Freitag telefonieren. Und dann haben wir halt am Freitag telefoniert und keiner von uns hatte eine Idee oder so. Und dann so nach ein paar Wochen haben wir gedacht, hey, das geht nicht. Wir müssen irgendetwas anderes machen. Komm, wir treffen uns. Und dann haben wir uns am Freitag getroffen, zum brainstormen. Und am Schluss sind wir meistens an einer Party gelandet oder so. Aber mit der Zeit hat sich dann so ein bisschen Sachen entwickelt und Ideen entwickelt. Und dann haben wir gewusst, wir wollen etwas im E-Commerce machen und haben gesagt, hey, wir müssen irgendetwas mit einem Abo-Service machen. Weil damals sind die Abo-Services sind recht populär gewesen mit den Beauty-Abos und Wee-Abos und Socker-Abos. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir die Sextoys im Abo verkaufen könnten. Und das hat funktioniert? Also wir haben keine Ahnung gehabt, ob das irgendjemand bestellen würde. Und wir hatten keine Ahnung von Sextoys. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine ganz ganz simple Website gebaut, wo einfach ein Anmeldeformular gewesen ist und kurz beschrieben Hey, da gibt es jetzt das Abo mit Sextoys. Kannst du dich da anmelden. Und dann kommst du rüber mit einer Rechnung. Also keine Zahlungsmodalität, nichts. Einfach simple zu testen. Ja. Und dann habe ich einmal gesagt, schick mir alle E-Mail-Adressen, die du hast. Dann haben wir 3'000 E-Mail-Adressen geschickt. Ich hatte 2'000 E-Mail-Adressen und da habe ich eine Mail geschrieben. Von dieser Website aus. Also nicht von uns aus. Eigentlich Spam wäre es heutzutage. Und dann haben wir das all diesen Leuten geschickt. Und dann haben effektiv drei Leute so ein Abo bestellt. Dann habe ich Ellen angerufen und gesagt, hey, wir müssen drei Bestellungen. Wir müssen die Dinge organisieren. Dann bin ich ins Auto geumpft. Ellen abholen. Dann sind wir irgendwie in einen Erotik-Shop gefahren und haben dort einfach die Dinge gekauft. Einen Ort war alles 50% und dann haben wir einfach das Zeug für 50% gekauft. Dann haben die ersten Boxen zusammengestellt und haben das verschickt. Also sehr wahrscheinlich einfach in eine Kartonkiste auf der Post haben wir noch ein paar Backlip gekauft. Und das so verschickt. Ja, also natürlich kein gutes Produkt zu sein als solches. Ja. Aber wir wollten nur testen, ob wir wirklich Bestellungen bekommen. Und das hat funktioniert. Haben Sie aber gedacht, bei dieser Conversion Rate 5'000 drei Bestellungen das lohnt sich dann weiterzumachen? Ja, also am nächsten Tag sind wieder ein paar Bestellungen gekommen. Okay, es ist immer weitergegangen. Es hat sich dann immer entwickelt. Und bei jeder Bestellung habe ich geschaut, wer ist das? Und dann, okay, der kenne ich und dachte, okay, das ist ein Kollege von Ellen. Und irgendwann haben wir dann aber Bestellungen bekommen, die von Leuten waren, die wir nicht mehr gekannt haben. Und dann haben wir gemerkt, okay, also kommt wirklich irgendwie auch noch ein bisschen Mund-zu-Mund-Properanda dazu. Und das hat dann, so ist das immer gewachsen. Ich habe zwei Fragen zu dem Thema aus dieser Zeit, wo deine Kollegen herausgefunden haben, dass du hinter dem Shop steckst und gewissen haben, was du ihnen geschickt hast. Ja. Und dann haben sie gesagt, Lucas, du weiss auch nicht was. Nein, die haben das okay gefunden. Ja, 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 ja. Also hat sich niemand wirklich geklagt. Okay, gut. Und dann wäre es das Zweite, deine Familie und Freunde. Ich meine, Investmentbanker angesehene, den schönen Typ im Anzug, der richtig Cash verdient. Und jetzt kommt er mit so einem Schmuddelding, sage ich jetzt mal so frech. Ja. Ja, damals ist es wirklich noch das gewesen. Und wir wollten das eigentlich aus diesem Schmuddel-Ecke herausholen. Ähm. Und natürlich, das hat Leute gegeben, die das irgendwie ein bisschen belächelt haben. Und ähm. Es ist jetzt nicht von Anfang an klar gewesen, dass das eine super Idee ist, Sextoys online zu verkaufen und dass das wirklich Potenzial hat. Und dementsprechend sind diese Reaktionen gewesen. Aber natürlich hat es auch viele Leute gegeben, die das gut gefunden haben. Vor allem also in der Bankenwelt sind die Leute immer recht beeindruckt, wenn jemand geht. oder wenn jemand geht und sich getraut, etwas selber zu machen. Ähm. Da habe ich eigentlich nur ein positives Feedback bekommen. Aber so ein bisschen Scham eben so gegenüber Eltern oder so, hast du das nicht gehabt? Ähm. Nein, also meinen Eltern habe ich das gerade gesagt. Ähm. Weil wir haben auch verschiedene Sachen ausprobiert, oder? Die haben gewusst, wir sind irgendwie verschiedene Ideen am testen und möchten ein Start-up gründen. Ähm. Meinen Grosseltern habe ich das nicht gerade gesagt. Irgendwann hat es dann einfach meinem Bruder gesagt. Ähm. Die haben das aber auch voll okay gefunden. Ähm. Also von dem her ist eigentlich nie ein Problem gewesen. Eben, weil das ist ja wirklich so eine Zeit, in der das einen so ein Schmuddelgegen war. Ihr habt das ja wirklich recht gut hergebracht, dass das so wie ein Lifestyle wird. Und heute sind wir in einer Zeit, in der ich glaube eh fast alles ja möglich ist. Ähm. Und darum, das ist wirklich so die Zeit, wo ich mir noch vorstellen kann, wo man irgendwie mit dem nichts zu tun haben wollte. Ja, ja. Oder ist das schon nicht mehr so gewesen? Nein, das ist schon so gewesen. Also wir hatten auch Schwierigkeiten, ähm, Orte zu finden, wo wir Marketing machen können. Oder ähm, am Anfang haben wir gar keine Plakatwerbung machen. haben einfach gesagt, nein, das Produkt dürfen wir nicht bewerben. Ähm. Haben auch, zum Beispiel auf Social Media, das ist immer noch ein Problem. Also Social Media, Werbung darf man gar keine machen. Ähm, für irgendwie Sexual Wellness. Und auch, ähm, Fernsehen ist immer abgelehnt worden. SRF hat uns eh nie zugelassen. Also es hat schon gewisse Hürden gegeben, wo man gemerkt hat, okay, das ist noch irgendwie ein Tabuthema an gewissen Orten. Ja. Haben Sie es geschafft, trotzdem irgendwie Köpfe der Leute zu kommen oder Werbung zu machen? Also wir haben... Oder hat sich das verändert im Verlauf der Zeit einfach? Ja, also wir haben sehr früh angefangen mit Google Adwords. Das ist gegangen? Ja, das war erlaubt. Okay. Ähm, und das hat konvertiert. Und ich meine, eben vor zehn Jahren ist das noch ein bisschen weniger kompetitiv gewesen wie jetzt. Und haben gemerkt, dass das funktioniert und dann haben einfach Vollgas gegeben. Oder wir haben gesagt, hey, sobald wir etwas mit etwas in unseren Deckungsbeitrag, äh, oder der Deckungsbeitrag genug gross ist, dass wir die Produktkosten zahlen können, dann fahren wir einfach rauf. Und dann haben wir einfach Budget jede Woche erhöht, 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 erhöht und so. ist es eigentlich über Google Adwords ziemlich gut gewachsen. Ähm, und dann haben wir verschiedene Sachen können testen, wie Werbung auf 20 Minuten, nach, äh, x-mal anzufragen, ob wir das dann auch machen dürfen und so. Also es hat sich so langsam entwickelt. Okay, okay. Und das war 2012, als wir angefangen haben, mit dem Projekt, oder? Also 2012 haben wir die Idee gehabt, ähm, und effektiv gegründet als Firma haben wir es dann 2014. Also wir haben das zwei Jahre einfach mal so ... ... ... Ja, also... Ist das zwei Jahre, zehn Jahre, glaube ich? Nein, also wir haben eine Gesellschaft gehabt, in der wir verschiedene Projekte drin hatten und getestet hatten. Ach so, ja. Und dann wirklich, äh, Amurana als Firma gegründet und das Projekt dort reingetaten, haben wir dann 2014. Und das wäre eben, darum habe ich das so gefragt, wenn jetzt jemand etwas starten oder machen will, würdest du sagen, hey, mach einfach mal, hol einfach mal Cash rein, solange es im kleinen Rahmen ist. Gut, so eine Empfehlung geben, wegen der Steuerbehörden. Und schau dann nachher und bald das Ganze aus, aber mach einfach mal, wie einfach mal gründen und den ganzen Prozess machen und dann läuft es doch nicht. Ja, ja, also, die Amerikaner haben ein gutes Sprichwort, Paralysis by Analysis, oder? Also, die Leute versuchen alles zu analysieren und alles bis ins Leben den letzten Detail geplant zu haben und fangen einfach gar nicht an, wegen dem, oder? Und, ähm, man sollte eigentlich genau das Gegenteil machen, einfach testen. Also eben mal eine E-Mail rausschicken oder Ads schalten und die Leute auf eine Website bringen. wo vielleicht aber, äh, gar noch nicht viel ist, sondern einfach ein MVP, also einfach ein Produkt, um zu zeigen, was man anbietet. Und dann schauen, bringt man überhaupt Leute darauf und gibt es überhaupt Leute, die das wollen? Und, äh, da findet man eben vielleicht raus, dass man völlig am Markt vorbei geplant hat. Ähm, und kann das Produkt so noch anpassen. Und dann, ich meine, was was die Steuern anbelangt, also ich bin kein Steuerberater, aber man kann das ja auch, das meiste kann man als einfache Gesellschaft machen. Und da kann man die Einnahmen natürlich auch in den Steuern angeben. Ähm, und unter einem gewissen Betrag ist man noch nicht mehrwertsteuerpflichtig. Also, da kann man mit ziemlich tiefen Kosten kann man anfangen ein Projekt oder ein Produkt zu testen. Also, einfach mal starten ist sicher das Wichtigste. Ja. Ich habe ja ganz viele Ideen gehabt, wenn du jetzt zurückschaut. Also, Amorano muss ich vielleicht sagen, haben wir ja verkaufen können, über das reden wir nachher noch. Wenn du zurückschaut von all diesen Ideen, gibt es so Ideen, wo du sagst, mit diesen hätten wir es auch mega beigebracht, hätten wir doch das probiert. Das ist eine gute Frage. Oder bist du total happy? Ja, nein, ich bin total happy. Ja, klar. Aber, gehen wir einfach mal auf die Idee. Wo du denkst, hätten wir das zumal gestartet, wir wären heute voll dabei. Also, wir haben verschiedene Sachen auch probiert. Ein Teil, das wir haben entwickelt haben, sind Facebook-Apps. In dieser Zeit sind gerade die Facebook-Apps aufgekommen, wo man in Facebook eine App mit einem Produkt bauen konnte. Und dort haben wir eine App, die hat TopTrader geheissen. Dort konnte man quasi wie ein Trading-Game für Aktien. Dort haben wir dann auch schon eine Kooperation mit einer Bank geplant, damit man effektiv Aktien handeln kann. Ein zweites war, das heisst GetSocial. Das war eigentlich so wie Tinder. Einfach als Facebook-App. Und Tinder hat es glaube ich dort noch nicht gegeben. Wir hatten einfach die Idee, dass wir mit den ganzen Daten, die Facebook hat, die Leute miteinander matchen, was sie machen wollen. und GetSocial, weil wir ihnen gedacht haben, dass die Leute einfach connecten können und die Sachen miteinander unternehmen können. Und das dritte ist Home-App, hat das glaube ich geheissen. Da konnte man seine Wohnung listen. Und dann halt direkt in Facebook quasi seine Wohnung zur Vermietung anbieten oder Nachmieter suchen. Also das sind die Sachen, die wir gemacht haben. Und dann gibt es eine oder andere Brand, die man in den Sinn hat. Wirklich? Ja, ja, ja. Wir haben das dann als Facebook-App probiert. Ich weiss gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber das war so ein mega Trend. Da haben wir gedacht, hey, dort machen wir mit. Aber es hat nicht funktioniert oder zu wenig eingehen? Es hat schon ein wenig funktioniert. Also wir hatten ein bisschen Kunden und so. Und dann haben wir auch noch andere Online-Jobs. ein Spielhaus geheissen. Dort haben wir Kinderspiel-Sachen verkauft. Und wir haben immer schon gesagt, hey, wir probieren verschiedene Sachen. Und wenn eine gut funktioniert, dann setzen wir alles auf den. Oder? Und die Sachen sind parallel gelaufen und Amorana ist halt dann plötzlich, hat das angefangen zu wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir vollen Fokus auf Amorana. Die anderen Sachen abstossen und abschalten. Und so haben wir dann eigentlich quasi uns nur noch auf das fokussiert und dort weiterarbeiten können. Und eben das Stichwort Fokus ist jetzt gerade gekommen. Wie elementar wichtig ist das? Oder hätte das alles parallel laufen können und durchfolgreich werden? Nein. Also es ist absolut zentral. Es ist wirklich absolut zentral. Also wenn wir dort, wo das mit Amorana angefangen hat, funktionieren, wenn wir dort noch lange mit anderen Sachen umprobiert hätten und probiert hätten, mehrere Sachen weiter zu treiben, dann hat das nicht funktioniert. Also ich bin absolut überzeugt. Man muss 100% fokussieren, damit es erfolgreich wird. Würdest du sagen, wenn man jetzt nochmal von vorne anfängt oder jemand jetzt sehr inspiriert findet, ich würde gerne starten, auch einfach mal ein paar Sachen probieren und dann irgendwann sagen, okay, jetzt entscheiden wir mich für etwas? Also es kommt ein bisschen darauf an, oder? Wenn man mehrere Ideen hat, kann man schon ein paar Sachen probieren, finde ich. Aber unterdessen glaube ich, ich würde es eher sequentiell machen und nicht parallel. Also ich würde zuerst eins probieren und schauen, ob das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, das nächste machen. Vielleicht kannst du dich wirklich darauf fokussieren, Und nicht gleichzeitig x verschiedene Sachen machen. Also ich würde eher auf eins fokussieren. Wie sind ihr auf den Namen Amorana gekommen? Ist ihr von Projektstart her bekannt gewesen? Nein, also zuerst hat es Lovebox geheissen. Ähm, und dann haben wir, äh, habe ich geschaut, hey, gibt es den Domain lovebox.ch? Und dann ist der schon vergeht gewesen. Dann hat es mylovebox geheissen, weil der Domain halt noch frei war. Und dann, ähm, irgendwie kurz vor der Gründung, hat ein Investor uns gesagt, hey, ich habe mal nachgeschaut, die Marke Lovebox ist schon registriert. Und ich dachte, ups, okay, brauchen wir neue Marken. Und, ähm, dann haben wir einfach brainstormed und, ähm, und, äh, habe ich gedacht, hey, etwas mit, mit Amor, mit Liebe und, ähm, dann so auf den, äh, auf den Namen Amorana gekommen. Und du hast jetzt gerade gesagt, Investoren. Habt ihr von Anfang an Investoren für dieses Projekt? Also, wo es nur ein Projekt gewesen ist als solches, wo wir einfach Ideen gesammelt haben und getestet haben, haben wir alles selber finanziert. Und dann, wo wir dann effektiv die Firma gegründet haben, äh, haben wir dann Investoren hineingeholt. Warum? Ja, dass wir schneller wachsen, oder? Mit mehr, mehr Geld, äh, hat man schneller wachsen. Und, ähm, das ist für uns zentral gewesen, oder? Wir haben gesagt, hey, wir sind da First Mover, wo das irgendwie anders positionieren will. Da müssen wir wirklich schnell sein. Und, äh, für das haben wir dann Investoren hineingeholt. Und, äh, ist es einfach gewesen zu finden? Ja, also, wir haben natürlich, meine, in der ersten Runde haben wir, äh, äh, 200'000 Franken geraced. Und, und das von Friends & Family. Ah, okay. Und das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so schwierig gewesen. Weil es ist nicht so grosser Betrag gewesen. Und dann ist es schnell in die zweite Runde gegangen? Ja, dann im gleichen Jahr von der Gründung, 2014, haben wir im Februar gegründet. Und dann haben wir 2014 gerade die nächste Runde gemacht. Äh, dort haben wir dann mehr geraced, haben auch, äh, äh, andere Investoren noch dazu genommen. Ähm, dann ist zum Beispiel der Uedi Bär dazu gekommen, Gründer vom Interdiscount. Und, ähm, ja, so ist das dann weitergewachsen. Und dann hast du gesagt, das nehme ich in meine Liste vom Banking her und lüte all diesen an. Ja, genau. Ja, ja, also effektiv. Gut, ähm, nein, also jemand, einer von meinen guten Freunden, hat effektiv in der ersten Runde schon investiert gehabt. Ähm, also der war auch super happy am Schluss. Und ja, da haben natürlich, natürlich die Leute abtelefoniert. Gibt es eine Idee aus dieser Zeit, wo ihr so viele Ideen gehabt habt, ähm, wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, aber wo du sagst, ähm, ich bereue, habe ich das nicht auch noch probiert? Ähm, nein. Oder weitergezogen? Nein, nein, nein. Nein, also, ähm, wir haben wirklich ziemlich schnell gemerkt, dass Amorana funktioniert und, 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 und dann voll auf das gesetzt. Und ich glaube nicht, dass jetzt etwas anders, gleich gut oder besser hätte funktionieren wie Amorana. Und wie ist das gewesen? Eben, Alan ist ein Freund von dir. Äh, man gehört ja gewisse Geschichten, mit Freunden sollte man kein Business machen. Andere sagen, gehen, mit Freunden funktioniert es extrem gut. Wie ist das bei euch gewesen? Also, wir haben am Anfang, wir haben am Anfang auch unsere Schwierigkeiten gehabt. Weil Alan und ich sind komplett verschieden, oder? Äh, wir haben ganz verschiedene Arbeitsweisen. Und, da habe ich am Anfang so ein bisschen probiert, in meine Arbeitsweise aufzwingen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Äh, und dann einmal ein langes Gespräch gehabt, und in dem Gespräch ist mir dann klar wurde, dass man, dass er genau das gleiche Ziel hat wie ich, oder? Also, dass es eigentlich keinen Konflikt gibt, aber dass unsere Herangehensweisen, unsere Arbeitsweisen einfach anders sind. Und das hat uns beiden mega geholfen, als wir dann realisiert haben, hey, dass wir haben. Also, wir haben beide das langfristige Ziel, Amorana gross machen und Amorana zu verkaufen. Ähm, und keiner hat irgendwelche andere Motive, oder so. Ähm, und mit dem Alignment haben wir dann eigentlich viel besser zusammen arbeiten, ähm, und einfach akzeptieren, dass man halt auf verschiedene Arten arbeitet. Und, haben dann auch probiert, die Stärken vom Einzelnen zu nutzen, oder? Also, ich bin eher, ich bin eher analytisch, und ich arbeite gerne, und bin dann eben einfach dafür zuständig gewesen, die internen Prozesse aufzubauen, die Logistik aufzubauen, Einkauf aufzubauen, und so weiter, und so fort. Und Alan hat das Marketing gemacht, und ist halt nachhause gegangen, und ist das Gesicht nachhause gewesen, oder? Und, ähm, das hat er super gut können, und hat das auch sehr gut gemacht. Würdest du sagen, wenn man es mit Kollegen macht, ist es wichtig, dass man eben genau eigentlich unterschiedlich ist? Ich glaube, zwei Alens oder zwei Lukas hätten dann funktioniert. Ja, 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 ich glaube, dass, wenn zwei Leute genau gleich sind, dann hast du viel zu wenig, ähm, also hast du zu wenig Synergien oder Ergänzungen, oder? Die Leute ergänzen sich zu wenig gut, und du hast immer nur die gleiche Betrachtungsweise von etwas, Alan und ich haben immer, ähm, probiert, verschiedene Betrachtungsweisen einzunehmen, wenn es um ein Problem gegangen ist, und haben quasi gegeneinander debattiert, oder, um die bestmögliche Lösung zu finden, und das schon recht hilfreich, wenn wir verschiedene Ansichten haben. Hat es auch richtige Fights gegeben, in der Zeit, wo er fast mal gesagt hätte, jetzt schmeissen wir dann her? Ähm, nein, nein, das, äh, also, wir haben schon gewusst, dass wir das weitermachen wollen, und natürlich hat es, ähm, Meinungsverschiedenheiten gegeben, aber wir haben das eigentlich immer ziemlich gut lösen können. Okay. Ja. Aus dem Learning heraus, wo du jetzt hast, äh, aus der Erfahrung gerade, äh, äh, Alan, unterschiedlicher als du, habt ihr das auch gerade mitgenommen, als ihr das Team aufgebaut habt, und checkt, hey, genau der Freiraum, wie einer arbeitet, wenn wir lassen, oder ist dann trotzdem alles wieder so ein bisschen back to the rules gewesen, ja, militärisch geführt. Ja, es ist eher ein bisschen militärisch geführt gewesen, ähm, aber das haben wir auch lernen, oder? Also, am Anfang haben wir gesagt, äh, wann die Leute müssen da sein, und bis wann sie müssen arbeiten, und so, und, ähm, und da haben wir auch gelernt, dass die Leute besser arbeiten, wenn man ihnen mehr Freiheit gibt. Und das ist ein langer Prozess gewesen, und der ist, äh, immer noch am Laufen gewesen, der Prozess, den wir an Marana verkauft haben. Ähm, also, dort, äh, also, dort, glaube ich, hat, also, dort weiss ich, hätte man einen besseren Job machen, oder mit Rekrutierung, mit Leuten managen, ähm, das war immer so ein bisschen eine Schwierigkeit von uns. Ihr seid ja gestartet als Zweiter, am Schluss sind wir in der Gäge 30 gewesen, oder? Mhm, ja. Nimm uns mal auf die Reise mit, wie habt ihr das skaliert jetzt Personal zuerst einmal, also, wann ist der Dritte quasi Plasispunkt gekommen? Wer ist das gewesen? Ja, also, da haben wir gedacht, hey, wir müssen einfach die Kosten so tief wie möglich halten, oder wir haben immer die Kosten, äh, probiert zu minimieren, und dann haben wir halt eine Praktikantin oder einen Praktikant gesucht, wo, wo, wo wir nichts bezahlen müssen, oder? Wir haben gesagt, hey, da lernst du irgendwie in einem Startup arbeiten, lernst, äh, äh, wie man unsere Firma aufbaut, und so, und, äh, haben dann effektiv jemand gefunden, ähm, das ist drei Monate bei uns zu arbeiten, und hat, äh, super gut mitgeholfen, und, äh, mit der Zeit haben wir dann gemerkt, dass wir jemanden brauchen, der Päckchen macht, weil am Anfang haben wir auch zum Kostentief halten, haben wir immer am Vormittag im Büro gearbeitet, und am Nachmittag haben wir Päckchen gemacht, und, ähm, aber das ist dann immer mehr und immer mehr geworden, natürlich, und dann haben wir den ersten Studenten eingestellt, der dann Päckchen gepackt hat, und, ähm, ja, dann merkst du halt immer, okay, irgendwann stehst du an, weil du hast zu wenig Zeit, um das alles zu machen, und dann stellst du die nächste Person ein. Also, so haben wir das eigentlich, äh, immer gehabt, ja. Ja, ja, ja. die ganze Zeit, und trotz allem alles in-house, selbst das Lager, oder? Ja, wir haben alles in-house aufgebaut, also, alle, alle Departement quasi, und, äh, und auch das Lager haben wir selber aufgebaut, ähm, und das hat uns natürlich erlaubt, äh, die ganzen Prozesse zu kontrollieren, oder? Wir haben immer gesagt, es ist enorm wichtig für einen Schweizer Online-Shop, dass am nächsten Tag die Lieferung kommt, und wir haben dort schon mit ein paar Dienstleistern gesprochen, die die Logistik hätte können, aber die haben gesagt, ja, wir schicken das, was bis um 12 Uhr reinkommt, schicken wir noch am gleichen Tag raus, und wir haben dann gesagt, nein, das geht nicht, oder, also, also, mindestens bis um 5 Uhr am Abend muss man bestellen, dass am nächsten Tag Bestellung kommt, ähm, und, äh, das ist auch ein Grund, warum wir das selber aufgebaut haben. Und bei uns war es bis um 5 Uhr, oder haben Sie sogar noch weiter gearbeitet, um es zu ziehen? Ja, also, mit der Zeit haben wir das dann natürlich immer weiter, weiter ausgezogen, oder, ähm, weil dann haben wir auch mit der Post schlussendlich verhandeln können, dass die später sind abholen, offiziell sind wir noch 5 Uhr, ähm, oder zumindest dort, wo wir gegangen sind, ähm, aber wir haben dann natürlich immer später auch noch, ähm, Päckchen rausgelassen, vor allem, weisst du, so zu wichtigen Zeiten irgendwie, ich erinnere, einmal an Valentinstag, 13. Februar, haben wir gesagt, hey, alles, was heute reinkommt, muss alle Bestellungen, die reinkommen, müssen heute raus, weil das sind Leute, die irgendwie für Valentinstag noch etwas bestellen, oder? Und dann sind natürlich mega viele Bestellungen gekommen, weil wir noch Kampagnen dazu gemacht, und dann sind alle vom Lager, äh, alle vom Büro ins Lager gingen, mithelfen, und dann irgendwann ist der Postel gekommen, äh, mit dem Lastwagen, hat angefangen, einladen, und wir haben gesagt, hey, wir sind noch nicht fertig, ähm, dann haben wir ihm einen Kaffee angeboten, hat einmal einen Kaffee getrunken, und so, wirklich einfach alles probiert, dass er länger bleibt, und dann hat er gesagt, hey, ich muss wirklich gehen, weil ich habe die neppste Abholung, und wir hatten immer noch Päckchen weitergebracht, und dann habe ich ihn gefragt, ja, wo ist die nächste Abholung, dann hat er mir die Adresse angegeben, und dann habe ich gesagt, okay, ist gut, ähm, und dann haben wir ein Päckchen weitergepackt, 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 alles bei mir ins Auto geschmissen, und dann bin ich dann nachgefahren, für die, zur nächsten Abholung, und habe dort den Rest der Päckchen quasi in meinen Lastwagen gelegt, damit die dann doch noch den nächsten Tag ankommen, oder? Und, äh, solche Sachen sind natürlich beim Dienstleistern nicht gegeben, also, und darum haben wir gedacht, äh, es ist sicher gut, wenn wir das selber machen. Eine sehr schöne Story. Beim Mitarbeitereinstellen hat immer du und Alan entschieden? Ähm, am Anfang schon, am Anfang haben wir das zusammen gemacht, und dann schlussendlich, wo wir aber Teams gemacht haben, haben Teammanager dann die Entscheidung können treffen. Ja. Und von wann hat es funktioniert, dass ihr quasi nicht nur im Unternehmen, sondern am Unternehmen auch arbeiten können? Und dann als Faden gut gespielt. Wenn überhaupt. Nein, wenn überhaupt. Also, wir haben immer, äh, im Unternehmen geschafft, oder? Also, äh, wir sind beide operativ gewesen, und mir macht halt, und das habe ich auch erst ziemlich spart gemerkt, dass, mir macht der Teil von etwas aufbauen halt mega Spass, oder? Also, die Prozesse aufbauen, die neuen Sachen lernen, ähm, und darum habe ich sehr viel im Unternehmen geschafft, ähm, und bis am Schluss eigentlich, also, immer sehr, äh, aktiv gewesen, im täglichen Geschäft, operativ aktiv gewesen, ähm, und, ja, das habe ich einfach, das hat mir am meisten Spass gemacht, natürlich habe ich gewusst, ich muss auch am Unternehmen arbeiten, aber, ich bin immer operativ, äh, sehr aktiv gewesen. Ihr seid gestartet als Projekt, hast du gesagt, äh, 2014 ist es eine Firma geworden mit Investoren, und dann haben Sie es ja verkauft, vor ein, zwei Jahren? Äh, das ist jetzt drei Jahre her, 2020 haben wir es verkauft. 2020 konnten wir es verkaufen, und du hast vorhin gesagt, es war schon immer der Plan, zu verkaufen. Ja, ja. Also, ihr habt das als Projekt wirklich gesehen, bis zum Exit? Ja, also, wir haben uns gesagt, wir möchten ein Startup gründen, wo wir, äh, bis zum Exit bringen. Also, das ist unser Ziel gewesen. Und, ähm, eigentlich von Anfang an, äh, äh, die Firma so aufgebaut, dass wir sie dann mal verkaufen können, ja. Also, eure Mission war eigentlich das gewesen, und gar nicht das Produkt und das Unternehmen in diesem Sinne? Ja, das ist... Es war egal, was es wäre. Hauptsache, wir schaffen ein Unternehmen, das wir zum Exit bringen. Ja, das wollten wir schon, wir wollten das Unternehmen zum Exit bringen. Ähm, und E-Commerce hat uns aber mega Spass gemacht, ähm, und, äh, mit der Entwicklung von diesem Projekt haben wir dann auch gelernt, dass wir, äh, dass wir wirklich passionate sind über das Ganze, was wir machen. Also, das ist dann schon, ist schon auch sehr wichtig geworden, oder, was wir machen. Und, was ist das Ziel gewesen, was ihr euch gesetzt habt, bis wann muss es verkauft sein? Habt ihr das gehabt? Ja, wir haben natürlich am Anfang gedacht, dass man das dann in drei bis vier Jahren verkaufen kann. Äh, schlussendlich sind es sechs gewesen, oder ab Projektstartung, irgendwie acht. Ähm, was ja eigentlich immer noch ziemlich schnell ist, äh, aber wir haben natürlich am Anfang gedacht, das geht, äh, viel schneller. Und was braucht es, dass man so Unternehmen verkaufen kann? Ja, ähm, vieles. Also, ich meine, man muss eine gewisse Grösse haben, sonst ist man überhaupt nicht interessant für grosse Käufer, oder? Sonst wird man vielleicht von irgendeinem Kleinen gekauft, aber die zahlen nie wirklich, ähm, gute Preise. Ähm, also man muss eine gewisse Grösse haben, und man muss, das muss einfach wirklich gut dokumentiert sein, muss saubere Prozesse aufgesetzt haben, weil der Käufer muss halt wirklich sehen, dass das nicht nur funktioniert, weil jetzt die zwei Typen, die das gegründet haben, äh, das machen, sondern es funktioniert als Business, auch wenn das jemand anderes weiterführt. Und, eben, etwa acht Jahre ist es gegangen, hast du gesagt, gell? Bis es dann unterschrieben gewesen ist, oder bis es eher draus gewesen sind? Bis es unterschrieben gewesen ist. Okay, und wie lange habt ihr noch bleiben, Übergangsphase? Ja, viele Details aus dem Vertrag darf ich nicht erzählen. Ähm, was ich kann sagen, ich bin dann, ähm, also wir sind länger geblieben, als wir hätten müssen, ähm, weil wir wollten eine saubere Übergabe machen, am Schluss noch, und einfach das mitbegleitet haben, noch ein bisschen länger als geplant gewesen ist, ähm, und sind dann, äh, Ende letztes Jahr, Ende 2022 sind wir ausgestiegen. Und ihr habt es auf England verkauft, gell? Eine englische Gruppe, oder? Ja, ja. Das darf man sagen, oder? Ja, 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 das darf man sagen, das ist Telemos. Ja. Das ist eine Private Equity-Firma und, ähm, die haben ein paar Jahre vorher, vorher haben die Lafani gekauft. Ja. Lafani ist unterdessen weltweit die grösste Anbieter von Sexual Wellness-Produkten. Und weil wir den Schweizer Markt halt so dominiert haben, ähm, haben sie quasi uns gekauft, äh, dass sie den Schweizer Markt auch abdecken können. Und hat euch da jemand geholfen oder bist du selber auf die Leute zu? Oder wie funktioniert so im Verkauf? Ja, nein, da braucht man schon Hilfe. Also wir haben dann gesagt, hey, der Verkauf, das machen wir nicht selber. Da holen wir uns einfach die besten, äh, die besten Dienstleister ins Boot. Ähm, und dann natürlich, äh, M&A Boutique und, äh, Anwaltsbüro, wo die ganze Prozesse dann durchgemacht haben. Und für euch ist es auch easy zu verkaufen? Also das loslassen? Ja. Wobei, wenn du sagst, sie sind noch ein bisschen länger geblieben auch. Ja, nein, also es ist, ähm, es ist eigentlich, es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen. Also der Verkauf selber ist mega streng gewesen. Also von dem her. Aber, äh, gefühlt, ähm, ist es ein, ist es ein, ein Erfolg gewesen für uns, oder das so zu Ende bringen. Und, äh, so jemandem übergeben, in gute Hände können übergeben. Und, äh, wir sind super happy gewesen. Wirkliche Zahlen zu dem Verkauf und zu dem Deal fehlt mir ja nicht. Mhm. Aber kannst du ja vielleicht mal einen Rahmen ausgeben? Haha. Nein, den darf ich leider nicht. Also, ähm, ja, ich meine... Das Geld ist ja eh schon auf deinem Konto. Das kann nicht passieren, Lukas. Ja, ja. Nein, kann ich nicht. Aber der Alan und ich, man sieht ja ein bisschen, was wir machen. Ich bin als Investor bei Hölle der Löhne tätig. Der Alan, ähm, ähm, macht seine eigenen Projekte und so weiter. Ähm, also, wir haben, wir haben, wir können jetzt machen, was wir wollen und unsere eigenen Projekte machen. Ja, bei der Free-Flow, äh, die Free-Flow-Phase. Genau. Also, du kannst bis als Änder deinem Leben eigentlich ein gemütliches Leben führen, oder? Das kann man locker sagen. Ja, also... Es kommt natürlich immer darauf an, wie hoch deine Fixkosten sind und deine Familien du hast. Ja, nein, also, ich habe meine Fixkosten immer sehr tief gehalten. Ähm, natürlich sind sie dann ein bisschen gestiegen, aber wir anfangen auch Reisen und so. Ähm, aber ja, ich kann in Startups investieren, ich kann andere in Startups unterstützen, ähm, und kann von diesem Leben jetzt, ja. Sehr schön. Ja, das ist doch erfolgreich, oder? Ich kann mir vorstellen, es ist doch ein bisschen so im Leben nochmal, ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, ähm, du schaffst ja das grosse Ziel, du hast die Mission, äh, die Vision auch, und dann ist der Tag da, wo das passiert, und dann hat man kein Ziel mehr, und ich kann mir vorstellen, es kommt eine gewisse Lehre in einen. Mhm. Hast du das auch gehabt, oder bist du gerade in dieser Phase? Ja, also, es ist schon so... Also, das erste Mal, ähm, ist es ein super Erlebnis gewesen, wo wir es verkauft haben, dann haben wir uns, äh, mega gefreut, haben Videos gemacht, für unsere Investoren, äh, zum denen Danke sagen, und, äh, es war wirklich cool gewesen, und, äh, das erste, was mir dann aufgefallen ist, ähm, ich habe immer ein bisschen Mühe gehabt zum Schlafen, ich habe nicht so gut geschlafen, oder, weil es ist extrem stressig, das Ganze, ähm, und natürlich im Verkaufsprozess wird es noch viel stressiger, äh, weil es geht um alles, sozusagen, oder, äh, und, 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 du willst das abschliessen, und wo man wirklich, äh, den Verkauf abgeschlossen hat, und das Geld auf dem Konto war, dann habe ich, äh, extrem gut schlafen können. Also es ist wirklich so, wirklich wie ein, äh, wie ein, äh, Lichtschalter umgeschalten, und ich habe dann super gut geschlafen, ähm, und, das hat dann, äh, allerdings nicht ewig gehabt, ähm, aber ein paar Wochen, und, nachher habe ich gemerkt, okay, äh, ich muss irgendetwas weitermachen, und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, ähm, ich muss schauen, dass ich nicht in so ein Loch hineingehe, und das ist ein Prozess, der recht lange dauert, habe ich gemerkt, ähm, und da bin ich immer noch drin, ich bin immer noch drin in diesem Prozess, oder, ähm, ich habe, äh, so meine neue Passion gefunden mit, äh, Investitionen, mit Startups zusammenarbeiten, ähm, und dort Unterstützung geben, ähm, und mit dem Sport natürlich, das gibt mir sehr viel Halt, das ist etwas, was ich täglich machen kann, ähm, aber sonst bin ich immer so ein wenig in einer Findungsphase. Mhm, aber es ist so ein wenig, aber es ist so ein wenig, du hast gleich noch so ein wenig einen Rhythmus, oder gibst dir auch den Rhythmus durch Sportaktivitäten und so, damit eben nicht wirklich ganz anders, ja, 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 also den muss ich mir geben, oder, wirklich, also, ich stehe immer zur gleichen Zeit auf, und dann, äh, mache ich mein Sportprogramm, und, ähm, weil sonst, äh, ja, sonst, ich meine, also, das weiss jeder, wenn irgendwie mal die Schule abgeschlossen hast, oder so, nach den Prüfungen, am Schluss merkst du, dass du nur zu Hause rumhockst und im Fernsehen schaust, und das will dich natürlich absolut. Ja, reden wir noch ganz kurz, ich habe, äh, äh, mitbekommen, es hat, glaube ich, nie einen Handschlag gegeben, den verkauft haben, Amarana, stimmt das? Sie haben die Leute gar nie gesehen, also nur virtuell. Ja, das ist ja so, oder? Das ist, weil voll in der Corona-Krise gewesen und, ähm, wir haben die Leute effektiv, äh, nur über Zoom-Calls gesehen, ganze Verkaufsprozess ist digital gelaufen, alle Präsentationen, ähm, über Zoom, und, ähm, ja, also, alles digital, das ist schon noch, das ist schon noch spannend. Also, bis heute nicht, jetzt, wo du Zeit hättest, dich mal zu besuchen, äh, du hast dich noch nie gesehen. Ich habe, ich habe, den Philipp Jakobs einmal getroffen, ähm, das ist quasi der, äh, der Eigentümer, ähm, von Telemos, ähm, aber die, die das operativ machen, ähm, die, also die, die den Verkaufsprozess operativ begleitet haben, von dieser Private Equity Firma, die habe ich nie gesehen. Krass, krass. Also, nie getroffen. Ja. Ja. Und wenn du jetzt schaust, es ist jetzt noch nicht so lange her, äh, auf eues Baby, auf eues Projekt, bist du zufrieden, wie es im Moment dort weitergeht, verfolgst du überhaupt noch, ist man jeden Tag auf der Seite dann schaust, das haben sie jetzt neu gemacht, oder, äh, hast du das wirklich weg? Also, ich habe das ein bisschen weg tun, oder, weil, ähm, wenn es jemand anderes macht, hat man immer das Gefühl, man könnte es besser machen, und so, und da habe ich, äh, gemerkt, ich muss das einfach ein bisschen weg tun, und, ähm, und nicht mehr so drauf schauen, ähm, aber ich habe das Gefühl, sie machen das gut, und, 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 und das läuft weiter, also, von dem her bin ich happy. Aber bekommst du keinen Anruf mehr über du, wir haben noch eine Frage? Nein, 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 nein. Ähm, du hast ja in deinem Leben verschiedene Rollen gehabt, du bist, äh, Teilhaber gewesen, äh, mit der Promotions Agentur, äh, dann bist du Unternehmer gewesen, du hast studiert, du bist, du bist, bist du überhaupt mal angestellt gewesen? Doch. Ja, auf der Bank bin ich angestellt gewesen. Auf der Bank, stimmt, als Investmentbank, bin ich angestellt gewesen. Jetzt hast du, und heute bist Investor, also du hast eigentlich alle Rollen, die es da aussen fast gibt. Mhm. Freelancer bist du, glaube ich, noch nicht gewesen, vielleicht als Personal Trainer. Ja, ja, genau. Du hast wirklich fast alle Rollen, die es gibt, eigentlich erlebt. Ähm, welches ist die schönste? Ja, das ist, ist jetzt noch schwierig zu sagen, weil alles hat ein bisschen etwas Cooles, oder? Also, als ich in der ersten Firma gearbeitet habe, ist alles mega neu gewesen und das hat mir mega Spass gemacht. Ähm, Personal Training ist extrem persönlich, man baut wirklich sehr enge Kundenbeziehungen auf. Ähm, Freundschaften, die ich heute noch habe, ähm, das hat mir Spass gemacht. Studium selber habe natürlich auch toll gefunden, weil dort, äh, habe ich sehr viele neue Freundschaften knüpfen können. Ähm, aber, so die erste Phase von der eigenen Firma aufbauen, ist das, wo man eigentlich schon am meisten Spass gemacht hat. Ja. Das ist auch gerade so ein bisschen, als Investor bist du wirklich in dieser Phase immer drin, oder? Weil du bringst dann auch zu Zeit. Ja, ja. Also, sehr wahrscheinlich immer in den meisten Fällen, oder? Ja, genau, oder? Ich komme dann rein, quasi, wenn sie wirklich in dieser Anfangsphase sind, wo sie viele ähnliche Probleme haben, äh, wie wir gehabt haben. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein Grund, warum ich das auch mache, weil ich dann quasi wieder in diese Phase rein kann, äh, und, und mithelfen kann. Und, als du angestellt warst, äh, und zurückgeschaut, ich weiss nicht, du hattest mehrere Chefen gehabt, wer ist der beste Chef gewesen? Hat es so einen gegeben, der dich wie getrieben hat, dir viel beigebracht, fast ein bisschen ein Mentor warst, oder hast du das nie erlebt? Ja, doch, doch. Also, ich hatte schon einen Mentor äh, bei Goldman. Und mit ihm bin ich heute immer noch befreundet, gerade gestern mit ihm essen. Ähm, also das hatte ich schon ja. Okay. Und ist das auch wichtig, dass man das hat? Ich finde schon. Ja, 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 ja. Ich finde schon, also jemanden zu haben, wo man kann, wo man Fragen stellen und, und, und sich austauschen kann, wo halt eben schon weiter ist, oder, wo, wo durch diese Sachen schon durchgegangen ist. Das ist enorm hilfreich. Und wie findet man einen Mentor? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ja. Den musst du dann auch noch wählen und ich eigentlich cool finde, dass er sich Zeit nimmt für dich. Ja, ja. Also, ich bin nie angegangen, habe gesagt, willst du mein Mentor sein? Das hat sich einfach, hat sich einfach so ergeben, oder? Ja, ein anderer Mentor, den ich habe, ist, äh, einer von meinen besten Freunden, wo, 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 kommt von mich als Personal Trainer? Ja. Oder, und, äh, wir hatten einfach sehr viel Kontakt gehabt und sind befreundet worden. Und, ähm, haben durch das, äh, durch die Freundschaft hat sich dann so das ergeben. Ja. Okay. Aber eben, es gibt, das kommt einfach im Leben dazu, oder? Man kann wie nicht sagen, ja, man denkt vielleicht, ja, der Lukas, den hätte ich jetzt auch noch gern. Aber, äh, so einfach ist es aber dann nicht. Ja, so einfach ist es nicht. Nein, es ist ja gegenseitig. Ja, es ist ja gegenseitig, oder? Beide müssen das wollen, ja. Und heute bist du bei Hüllender Löwen. Reden wir doch noch über das. Die, äh, Staffel hat gerade Kurt, welche Staffel ist eigentlich? Staffel? Vier, nein, fünfte. Die, äh, fünfte Staffel. Äh, erst gerade gestartet, äh, bereits eine Sendung draussen. Mhm. Ähm, wie bist du eigentlich eigentlich an das hergekommen? Das ist ja eigentlich schon vor deiner Zeit, als auch Amorana verkauft hast, oder? Also, es ist gerade beim Verkauf, bin ich angefragt worden. Ja. Und das hat natürlich mit dem Verkauf zu tun, weil einerseits, äh, hat das gewisse Medienpräsenz gegeben. Ja. Und andererseits habe ich nachher auch die finanziellen Mittel gehabt, um dort mitzumachen. Ähm, und der Roland Brack ist ein guter Freund von mir. Er war auch bei Amorana investiert. Mhm. Und, dann haben sich jemand Neues gesucht bei Hüllender Löwen und dann hat er mich vorgeschlagen. Ähm, und so ist das dann zustande gekommen. Ja. Und wie funktioniert das in der Sendung? Ähm, wird man da gezahlt? Oder heisst das einfach, du hast so gute Investments, du verdienst eh genug? Also, äh, weder noch, oder? Also, man kommt nichts rüber. Wirklich? Man wird nicht gezahlt. Also, es gibt keine Gage in dem Sinne vom Fernsehsender? Nein, nein. Und, äh, wir investieren wirklich unser eigenes Geld. Ja. Ähm, natürlich in der Hoffnung, dass wir gute Investments machen. Ähm, aber Startup, äh, Investments sind, äh, sind enorm schwierig. Und das Problem ist, dass man ganz, ganz lange nicht weiss, ob man wirklich gut ist. Oder? Also, ob ich jetzt ein guter Startup-Investor bin, ähm, nachdem ich drei Jahre in den Löwen investiert habe, ähm, kann ich noch nicht wirklich sagen, weil es hat noch keinen Exit gegeben. Ähm, es hat noch keinen Konkurs gegeben, das ist schon mal gut, oder, von den Startups, wo ich investiert bin. Aber, ähm, eben, das ist so schwierig zu sagen, ob man das wirklich kann. Ähm, von dem her, ob ich wirklich mit dem Geld verdienen werde, weiss ich nicht. Also, verdienst du quasi erst Geld beim Exit? Oder gibt es da Dividenden- Ausschüttung auch? Nein, also, Dividenden probieren wir eigentlich bei Startups nie zu zahlen. Ja. Er hat verschiedene Nachteile. Also, erstens wird es mehrfach besteuert, oder? Ähm, das willst du nicht. Ähm, und zweitens, willst du das Geld eigentlich in die Firma lassen, damit die Firma wachsen kann. Ähm, und bei den Startups, in der frühen Phase, investierst du alles ins Wachstum. Häufig nimmst du dann noch mehr Geld auf, damit es noch schneller wachsen kann. Ähm, also, da habe ich noch nie etwas zurückgebekommen, bis jetzt. Ähm, aber das ist auch okay, weil schlussendlich will ich eigentlich, ähm, den Verkaufsgewinn, ähm, und für mich jetzt persönlich, ja. Und das ist meistens bei Investoren so, oder? Ja, also Startup-Investments und die ganze weisse Welt, die wollen eigentlich Exits machen, ja. Und wie lange geht das im Durchschnitt? Eben, du hast es ja selber an deinem Unternehmen erlebt, das geht ja immer alles länger, als man gedacht. Ja, ja. Oder gibt es da so, wo man sagt, hey, durchschnittlich ist das? Ähm, gibt es da Zahlen? Ähm, kann ich keine sagen. Ich weiss es nicht. Ähm, aber ich denke, eben fünf, sechs Jahre ist schnell. Ähm, ähm, zehn Jahre, ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen am oberen Ende, oder? Weil du wolltest ja gutes Momentum generieren, gutes Wachstum generieren und dann in deinem Wachstum drin, willst du verkaufen können. Ähm, ähm, ja, also ich sage jetzt mal zwischen fünf und zehn Jahren sollte eigentlich schon ein Exit möglich sein. Dann hoffen wir, dass der erste schon bald anscheinend, oder im zweiten eigentlich. Ja, ja. Wie entscheidest du, also ich finde es eigentlich ja grossartig, wie entscheidest jetzt du, wie du investierst? Ich habe immer so das Gefühl, du bist wirklich so der Zahlen, Daten, Fakten Typ. Mhm. Ist das so? Ja, also das ist wieder so der Grundstein, der für mich stimmen muss. Also die Basics müssen sie im Griff haben, die Zahlen müssen sie wirklich im Griff haben. Ähm, und nachher ist das Team enorm wichtig. Ja. oder also, weil, ähm, das, oder am Beispiel von Morana, wir haben nichts Neues erfunden, oder? Also es hat Online-Shops gegeben und es hat Sex-Toys gegeben und es hat auch Online-Erotik-Shops gegeben. Ähm, aber wir haben das zum Laufen gebracht, weil wir es, weil wir es einfach anders gemacht haben. Ähm, und das heisst, man muss nicht der Erste sein oder man muss nicht eine Idee haben, die noch niemand hatte. Ähm, man kann auch sonst erfolgreich werden und dann ist es zu 100 Prozent abhängig vom Team, oder? oder, ob die gut sind und das gut umsetzen können. Und darum, also nebst den Zahlen, ähm, die stimmen müssen, ähm, und dem Potenzial, das ich natürlich sehen muss, oder, ähm, ist das Team enorm wichtig. Und hat es auch schon einen Moment, wo du sagst, der Dude wäre eigentlich top, er hat das aber mit den Zahlen nicht im Griff und denkst, ja gut, dann könnte ich ihm ja wirklich gut helfen und trotzdem investieren, hast du auch schon? Ja, ja, das hat es auch schon gegeben, als ich wirklich gesagt habe, hey, also das mit den Zahlen stimmt jetzt, glaube ich, nicht so, ähm, aber an dem können wir arbeiten, oder? Das ist die Zahlen im Griff, aber mit dem Typ könnte ich nicht zusammenarbeiten, mit dem, äh, kann ich natürlich, äh, kein Investment machen, aber anders darum geht es schon. Und wie viele von den Deals, die wir einmal im Fernsehen machen, kommen da wirklich in Stand? Ähm, ja, das sind, äh, also es sind, äh, vielleicht etwa zwei Drittel, oder so. Ja, okay. Ich habe gehört, mal die Quote in der Schweiz ist eigentlich noch fast besser, als in Deutschland. Ja, in Deutschland ist sie, glaube ich, einiges tiefer, von dem, was ich gehört habe, ja. Das ist, weil ich mich einfach mit den Zahlen eben so gut schlug. Ja, genau. Ja, und in der Schweiz ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr, das, äh, ja, ein bisschen weniger Show und ein bisschen mehr wirklich den Willen da zu investieren. Ja. Hat es auch schon Cases aber gegeben, wo wirklich einige, hey, du hast mich total verarscht in dieser Fernsehshow? Ja, also, ich würde es nicht darstellen, als dass man verarscht worden ist, aber, wo halt einfach, äh, falsche Zahlen genannt worden sind, ähm, ob sie das jetzt bewusst gemacht haben oder unbewusst, ähm, sei dahingestellt, aber wenn man das dann natürlich rausfindet, dann ist das Vertrauen weg. Ähm, und dann, ähm, das kann, ist schon auch ein Grund, warum das Investment zum Teil nicht standkommt. Bist du einer, der auch sagt, wenn einer etwas anderes sagt in der Sendung, wie nachher, ist er bei mir eh schon draus? Ja, es ist schon ein Problem, ähm, aber man muss auch sehen, oder, ich meine, ich mache das seit drei Jahren jetzt und pro Jahr sehen wir, äh, 40 bis 50 Startups. Für mich ist das so quasi, äh, daily business. Ähm, ähm, aber für die Startups, die stehen zum ersten Mal und vielleicht auch zum einzigen Mal in einem Fernsehstudio, äh, vor der Kameras, vor uns Investoren, ähm, und dann sind sie einfach zum Teil auch mega nervös und, äh, dass man dann nicht alles, äh, auf Gold wagen legt, äh, wo sie sagen, äh, finde ich okay, ähm, ähm, wenn man das irgendwie nachher kann, kann ausdiskutieren, ist das okay, aber wenn es wirklich halt komplett falsche Zahlen sind, ähm, dann ist das schon nicht gut. Und ihr seht und gehört von der Idee wirklich auch zum ersten Mal, wenn sie reinlaufen? Oder habt ihr schon ein kleines Briefing, jetzt kommt etwa das? Nein, also wir, wir, wir dürfen nichts sehen, oder? Es ist alles so vorgegeben. Äh, wir dürfen nichts sehen, wir dürfen nichts wissen, wir dürfen nichts wissen, wir haben auch andere Aufenthaltsraum, äh, Aufenthaltsraum, als, äh, als, äh, Startups. Ähm, und wir sehen da wirklich zum ersten Mal, wenn wir ins Studio laufen und hinsitzen, äh, sehen wir zum ersten Mal, um was es überhaupt geht. Und nachher, wenn die Leute draussen sind, also nach dem Pitch, der geht ja, glaube ich, etwa 40-45 Minuten richtig, oder? Ja, also, sie haben quasi einen 5-Minuten-Pitch, und nachher können wir Fragen stellen. Und das ist mega abhängig vom Startup, wie lange das geht. Planend ist eigentlich 45 Minuten, ähm, aber es hat auch schon Cases gegeben, wo wir, äh, anderthalb Stunden lang Fragen gestellt haben, weil es einfach so spannend gewesen ist, oder? Und jeder von den Investoren will noch etwas wissen. Ähm, und da gibt es ja zum Teil auch Verhandlungen, ähm, die zum Teil länger gehen, mit mehreren Verhandlungsrunden, ähm, also das kann sich dann schon in die Länge ziehen. Und nachher, wenn die draussen sind, die Leute, ähm, wird dann gerade alles miteinander besprochen, weil es ja sehr wahrscheinlich Studioumbau und so, immer kleine Pausen, oder können Sie da Säcke aufnehmen, und die Termine finden dann alle viel später statt? Also, wir haben dann Pause, und dann, ähm, ähm, gehen wir eigentlich, äh, Kontaktdaten austauschen mit dem Startup, damit wir dann nachher, äh, nach dem Dreh, können die Do-Diligence starten. Okay, und wie lange geht denn das einmal so der Prozess, bis man das so abgeschlossen hat? Ja, also, das ist mega abhängig davon, in welchem Stadion gerade die, das Startup ist, oder? Wir haben zum Teil Startups, die sind gerade in einer Finanzierungsrunde, ähm, und dann schicken die, einen Tag nach dem Dreh, schicken die ja, den Zugang zum Data Room, wo alle Unterlagen drin hast, alle Finanzdaten, alle Verträge, ähm, und dann kann das ziemlich schnell gehen, ähm, und, äh, bei anderen, ähm, fragst du nachher, ja, haben wir schon einen Aktionärbindungsvertrag, und dann sagen sie, was ist ein Aktionärbindungsvertrag, oder wir haben noch nicht mal einen AG, ähm, und dann kann das natürlich auch länger gehen. Und, 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 machst du das alles nachher selber, oder hast du da irgendwie Unterstützung vom Fernsehsender, oder professionelle Hilfe von anderen? Nein, also, vom Sender kommen wir nicht nur kein Geld über, sondern auch keine Unterstützung, aber das ist okay. Komm, du bist doch nicht der Sechsterstabend, oder du? Ja, genau. Oder willst du gar nicht? Nein, nein, ich will schon noch, ich will schon noch. Ähm, also, ich, der Sender macht das super, oder? Ein gross. Machen auch, machen auch gute Vorselektion, ähm, und ich will das selber machen, oder, also, ich will ja mit den Startups zusammenarbeiten, ich will dann ihr Business verstehen, ähm, und darum mache ich das alles selber. Mhm, okay. Und dann entscheidet sich eben auch nochmal, ob das wirklich zustande kommt, weil vielleicht siehst du ja dann auch Sachen, wo du sagst, hm, es sagt ja nicht. Das Ja in der Sendung von beinen Seiten ist nicht quasi ein erster mündlicher Vertrag, oder? Ja, es könnte noch aufhören nachher. Ja, es gibt es natürlich auch, dass Startups zum Teil, äh, dann nicht mehr wollen, oder, dass sie einfach, äh, irgendwie, die Medienpräsenz genutzt haben. Ja, und irgendwie dann die Unterlagen nicht ihr eichert, ähm, das hat es auch schon gegeben, ähm, aber das sind seltene Fälle, aber, ja, es ist äh, eigentlich der Kick-Off in Due Diligence, oder, ähm, was man dann macht, und, ähm, und natürlich, wenn die Sachen stimmen, wo sie gesagt haben, und wenn das alles, äh, gut ist, dann, dann macht man das Investment auch. Also, es ist schon, äh, schon ein, äh, commitment. Okay. Ähm, kannst du mal vielleicht sagen, du hast so viele, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer gesehen, also Startups auch, es gibt ja heute eigentlich alles auf dem Markt. Was muss man dann machen, dass jetzt du würdest noch einmal investieren, oder was muss man haben, damit man eben dann gleich erfolgreich wird? Oder sagst du mir, das ist der falsche Glaubenssatz, wenn du sagst, es gibt schon alles? Ja, nein, also, ich meine, ich hätte schon vor 20 Jahren können sagen, es gibt schon alles, und schau mal, was, äh, was alles Neues gegeben hat in den letzten 20 Jahren, oder? Also, es kommen, äh, es kommen natürlich Startups mit unglaublich guten Ideen, und, ähm, das ist eben das Coole, oder, oder, wenn jemand mit einer Idee kommt, wo ich denke, oh, wow, das habe ich gar noch nicht gedacht, oder gar nicht gedacht, dass das funktioniert, und, 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 sie haben gezeigt, dass es funktioniert, oder? Ähm, also, ähm, ein Startup, der von der ersten Saison, wo ich dabei war, ist Faye, äh, das ist ein Online-Shop für Pflanzen, ähm, und das ist jetzt auch etwas, wo ich denke, hey, so Zimmerpflanzen per Post verschicken, wahrscheinlich eher problematisch, oder? Und die haben das aber gelöst, äh, und die machen das supergut, und, 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 das ist eben cool. Bist du investiert? Ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Darum, hm, funktioniert das? Ja, genau. Nein, nein, Schatz. Okay. Nein, die machen das, also, es ist einfach ein gutes Team, oder? Also, ja, ja. Aber was würdest sagen? Also, weisst du, wenn jetzt einer sagt, ja, ich würde eigentlich am liebsten auch mal in so einer Sendung, aber zuerst brauche ich ja mal eine Idee, was muss man heute haben, zum, zum erfolgreich können werden? Ja, muss, also, man muss eine gute Idee haben, muss eine gute Idee haben, und, ähm, und, damit es in der Sendung funktioniert, muss man aus meiner Sicht einfach schon eine gewisse Traction haben, oder? Also, einfach in die Sendung kommen mit einer Idee, und, 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 und noch nicht den Markt getestet haben, ob überhaupt irgendjemand, äh, Interesse hat an diesem Produkt, oder der Idee, ähm, ist dann schwierig, oder? Das sind dann einmal die, die kommen mit einer Million-Bewertung, und ihr seid dann so richtig auseinander. Ja, genau. Ja, das kommt ja dazu, wenn sie nur eine Idee haben, und, äh, und, äh, x-Millionen-Bewertungen abprüfen. Aber, äh, sonst, muss ich sagen, ist ja, äh, das Schweizer-Format, wir sind schon sehr anständig. Es gibt selten mal so einen richtigen, äh, wobei, letzte Woche hat es, glaube ich, auch einen, der einen mega cool gefunden hat, oder? Ja, 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 also, da gibt es schon Cases, ähm, eben, letzte Woche, äh, ist einer mit, äh, mit Vaping, äh, gekommen, und, ähm, und, ähm, unterdessen weiss man einfach, dass das gesundheitsschädlich ist, und, äh, finde ich nicht unterstützenswert, und, äh, und sollte man einfach nicht promoten, und, äh, und möchte ich definitiv nicht investieren, oder? Also, ähm, ähm, da gibt es schon Sachen, ähm, wo, wo, wo nicht zu gut sind, ja. Wenn, sagst, eben, es gibt so ein Unternehmen, wo du sagst, da bin ich knallhart dagegen, oder das ist nichts für mich, gibt es auch Unternehmen, du hast etwa 20 Investments, gell? Mhm. Ja. Ist das richtig? Ja. Ähm, ähm, gibt es solche, gut, das könntest du jetzt selbst vielleicht nicht sagen, aber hast du noch mal noch mal investiert, wo Nachteile würdest sagen, hey, die gescheitert nicht. Ha, 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 aber natürlich keines, wenn er 20, oder? Ja. Wo du auch noch drin bist. Ja, ja, nein, ähm, ähm, also, es ist ja so, oder, aber in dieser Due Diligence kann man nur eine gewisse, äh, gewisse Menge an Informationen rausholen und muss dann eine Entscheidung treffen. Und, wenn man natürlich nachher ein Jahr, zwei oder drei mit dem Startup-Zesammenschaft, weiss man halt viel mehr. Und, da gibt es halt Sachen, die besser funktionieren und Sachen, die weniger gut funktionieren. Ähm, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ah, das hätte ich lieber nicht gemacht. Ähm, aber es gibt natürlich vieles, wo man gedacht hat, dass es schneller äh, funktioniert, dass es bessere Wachstum bezahlt hat. Ähm, muss man halt eben vielleicht nochmals finanzieren, was man nicht erwartet hätte. Ähm, das gibt es natürlich schon. Also, das ist, ähm, gang und gäbe. Man bekommt mit einer Idee zu dir, siehst du immer zuerst Chancen oder eher zuerst das Risiko? Oder das, was eben nicht funktioniert? Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich bin schon eher jemand, der die Chancen sieht. Ähm, weil, ich glaube, das ist ja so, äh, so nicht gegeben, wenn, äh, wenn ein Startup gründer ist. Sonst, äh, hätte ich ja nie etwas gegründet, oder, wenn ich nicht, äh, die Möglichkeiten und Chancen würde sehen. Ähm, also, Unternehmen sind, äh, sind eigentlich, äh, Optimisten, oder? Ja. Ja. Aber du bist schon eher einer, wo, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, ich kenne ja dich und den Alan. Ähm, ähm, du bist eher, glaube ich, der, der wirklich noch so ein bisschen distanziert das anschauen kann. Und der Alan ist, glaube ich, eher ein Typ wie ich, der einfach begeistert ist. Und ich würde fast am liebsten überall sagen, ja, den würde ich jetzt gerne supporten. Ja, ja. Du hast eher noch so die gewisse Distanz, oder? Ja, ich probiere einfach, da ein bisschen analytisch hinzugehen und, 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 probiere dann halt, äh, herauszufinden, ähm, gibt es wirklich einen Markt für das und, äh, eben, was sind die Zahlen und so. Ja, ich auch da eine gewisse Distanz und, äh, probiere nicht quasi mich zu fest begeistern zu lassen und, und dann, äh, quasi von, äh, quasi von einer Emotion aus investieren. Wie wird man da raus, dass man Geld hat? Hm. Ich habe noch nie ein Buch gefunden, irgendwie. Das wäre ja auch Marklugefall. Das ist, äh, 10 Schritte zum Investor. 10 Schritte zum Investor. Ähm, ja, also man kann natürlich, oder, ich meine, das, was der Tim Ferris am Anfang gemacht hat, oder, er hat gesagt, hey, wie kann ich anfangen in Startups investieren mit kleinen Beträgen? Ja. Ähm, ist über Kontakt, oder, also, über Kontakt irgendwie können mit kleinen Beträgen schon einmal investieren, ähm, und dann probieren, äh, um Startup Mehrwert zu bringen, oder, also, so viel Mehrwert möglich zu bringen, ähm, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und dadurch kommt man eben, wie ein Ruf über, dass man, dass man, dass man ein guter Investor ist. Ja. Oder, weil, das gibt es effektiv, also, Investoren mit schlechtem Ruf oder mit gutem Ruf, ähm, ähm, äh, das ist schon, das ist schon, das ist schon etwas, worüber man auch darüber spricht. Was ist so Minimum an Kapital, wo du sagst, da bist du überhaupt ein Investor? Redet man da von Hunderttausenden von Franken oder gibt es auch Investments für 20, 50 Tausend Franken? Ja, gibt es schon auch, ähm, aber das ist einfach 0,01 Prozent. Ja, klar. Ja, und, also, da muss man natürlich schauen, weil Startups so riskant sind, muss man halt eine gewisse Diversifikation haben und dann willst du eigentlich lieber in zehn, äh, 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 Startups investieren anstatt in fünf, oder? Ja, ja. Und wenn du dann sagst, du machst 10'000 pro Startup, äh, äh, dann, äh, um die zehn investieren willst, äh, dann brauchst du halt doch schon 100'000, oder? Ja, ähm, ähm, wir reden ja immer von denen, wo es funktioniert, aber sehr wahrscheinlich, ich haue jetzt einfach mal bis raus, äh, neun von zehn scheitern, äh, da sind wir auch bei dem Zehn, oder? Ja. Also, wenn eins dann richtig funktioniert, hat es sich ja gelohnt. Ja. Oder? Kann man das so sagen? Ja, also, im besten Fall ja. Also, man sagt, es gibt so ein bisschen eine Dreuteilung. Es gibt die, die Konkurs gönnt, dann gibt es die, die sehr lange einfach vor sich ein dümpelt, ähm, vielleicht mal ein bisschen profitabel werden, aber nie so ein richtiger, äh, spannender Exit Case werden. Und dann gibt es eben die, die halt wirklich 10, 20 X, äh, vom Investment rausholst. Ähm, und die sollten im besten Fall alles andere kompensieren. Und noch ein bisschen mehr. Ja. Würdest sagen, auch die Zeit, die im Banking gearbeitet hat, hilft dir jetzt in dem? Ja, also, der ganze, äh, Finance-Background hilft mir natürlich. Äh, das Investieren hilft mir. Was ich gelernt habe, ist, ähm, ähm, halt die ganze Investition, ähm, also die ganze Investition, ähm, objektiv betrachten, oder? Ähm, also ich bin da null emotional, ähm, wenn es rauf und ab geht, ähm, auch an den Börsen, oder, äh, wenn es rauf und ab geht, das, ähm, bewegt mich überhaupt nicht. Ähm, ich habe meine Strategie, und die behalte ich bei. Ähm, das habe ich so richtig, also, dank Amorana hat sie sicher richtig gepusht, aber ist eh schon gut unterwegs gewesen. Ja, so, äh, bei einer Investmentbank verdient man auch gut. Ähm, von dem her, äh, habe ich, äh, eigentlich okay verdient, aber natürlich, äh, nie so, wie wenn man eine Firma verkauft, oder, also das ist schon erst mit dem Verkauf von Amorana dann gekommen. Und der Moment, wo der Cash dann geflossen ist beim Verkauf von Amorana, wie, wie fühlt sich das an? Ja, das ist schon, ist schon krass, also, wenn du aufs Konto schaust, ähm, ja, das ist, äh, cooles Gefühl. Und, ähm, aber jemand hat mir, ähm, etwas gesagt, äh, guter Freund von mir, ähm, hat gesagt, hey, sollst du, wenn du das Geld hast, das erste Jahr einfach mal nichts kaufen. Und das ist, äh, mega guten, ähm, Advice, weil ich kenne auch Leute, die viel Geld verdient haben und dann, äh, äh, alles gerade wieder rausgegeben haben. Und wenn halt einfach mal so ein bisschen sitzen bleibst und, äh, die Füsse stillhalten, dann merkst du, dass all die Sachen, die eigentlich, hast du will kaufen, weisst du, wo dann sinken, ah, jetzt will ich ein Haus kaufen, oder jetzt will ich ein Auto kaufen, oder so, dass du eigentlich gar nichts brauchst, ja, und, äh, und, äh, am Schluss kaufst du es dann nicht, oder, also, ähm, von dem her hat sich für mich nicht so viel verändert. Ich habe eigentlich mein Geld investiert, ähm, und habe mir nichts, äh, nichts, äh, nötig mehr gross gekauft. Wie hat es dich als Mensch aber verändert? Hat sich deine Persönlichkeit verändert? Ja, also Persönlichkeit glaube nicht. Ähm, aber da müssen wir andere einfragen. Ich glaube es nicht. Aber es hat halt meine, meine Sicht aufs Leben hat es verändert, oder? Ähm, weil du merkst halt, wie wichtig dann plötzlich andere Sachen sind, oder? Also, weil wir haben nur diesen grossen Fokus gehabt, einfach das Amorana verkaufen können. Ähm, und, wo wir das dann geschafft haben, habe ich gemerkt, wie viele Sachen ich auch vernachlässigt habe, während dieser ganzen Zeit. Oder, also, meine Freunde vernachlässigt, Familie vernachlässigt, einfach zu wenig Zeit, ähm, mit Menschen verbracht, die mir wichtig waren. Und das habe ich halt erst nach dem Verkauf gemerkt, und, ähm, die Zeit kann man nicht wieder gewinnen. Ähm, aber ich habe natürlich, äh, probiert und probiere immer noch, äh, mit den Leuten, die mir wichtig sind, einfach sehr viel Zeit zu verbringen. Ja, aber du bist ja erst gerade 42 geworden, also immer sehr jung. Ja, ja, klar. Also, hoffentlich noch Flugzeit. Ja, aber weisst du, die Leute, die ich, äh, also, ich meine, meine Grosseltern sind 95. Ja, klar. Die, äh, leben von einem Menschen ganz viel Geld und du lernst seinen richtigen Charakter kennen. Ja. Würdest du sagen, das hat dich eigentlich nicht gross verändert? Du bist immer so gewesen, wie du bist? Ich habe das Gefühl, äh, ich habe mich nicht verändert. Und so das Freiheit-Gefühl, ist es schon anders? Ja, klar. Ja, ja. Ja, ja, das ist anders. Also du kannst mit jedem mal sagen, du bist ein dummer Sieg mit jemandem zu tun, bevor du vorsichtiger gewesen wärst. Nein, also, ähm, also, ähm, also, ähm, ähm, also, äh, der Term fuck you money, oder, ähm, aber, ähm, ich habe das nie als solches angeschaut und ich, ähm, ähm, habe ich jetzt eigentlich niemandem, also, ich habe niemandem angerufen, wo das Geld gekommen ist und, äh, und dann gesagt, fuck you. Ähm, das hat für mich, also, ich habe das Gefühl, es hat mich nicht verändert und, ähm, ich habe nicht, nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt, früher noch Sachen gemacht habe, ähm, wo ich jetzt nicht mehr mache, oder, weisst du? Das ist auch eine gute, äh, gute Eigenschaft, würde ich jetzt verkaufen, oder? Ja, ich hoffe es. Ja, hey, mega spannendes Gespräch gewesen, Lukas, ich möchte noch schnell einen Ausblick, solche in Zukunft, eben, du bist jetzt gerade so etwas in dieser Findungsphase, ähm, weisst du schon, was vielleicht noch wirst du machen, oder geniessest du jetzt einfach mal noch eine Weile deine Zeit, oder? Ja, also, wirst du irgendwo Hilfe, die man unterstützen kann, Lukas? Ja, also, ich, ähm, ich habe noch ein neues Projekt, wo ich dran bin, das heisst Jumio.com, also J-U-M-Y-O.com, J-U-M-Y-O.com, ja, und, ähm, das ist eine Website, wo wir den Content zusammenfassen, über Longevity, Gesundheit und Fitness. Ähm, die, die es wissen, kennen den Peter Attia und den Andrew Huberman, das sind alles so, äh, Podcaster, die sehr lange Podcasts generieren über das Thema, ähm, und viele von denen kann man sehr stark komprimieren. Und bei Jumio probieren wir, ähm, den Content auf 5 Minuten runterzubrechen, ähm, mit sehr, äh, äh, actionfokussierten, ähm, Daten oder Punkten, dass man halt wirklich in einer kürzester Zeit die wichtigsten Takeaways von den langen Podcasts und Büchern, äh, äh, mitnehmen kann. Und zu Zeiten von AI, muss man sagen, ihr macht das nicht mit AI, gell? Wir machen das, also wir haben das getestet mit AI, ähm, und das ist einfach nicht genug gut, ähm, weil in den Podcasts wird dann zum Teil auch noch ausgeschweift und nicht über andere Sachen gesprochen. Und wir haben gesagt, wir müssen wirklich, wirklich die Essenz raus holen, äh, die wir sehr, äh, in sehr kurzer Zeit rüberbringen können. Und für das haben wir auch Autoren, die diese Podcasts hören und, und, und die wichtigsten Sachen rausnehmen. Also das machst du nicht auch selber, oder? Hast du gute Autoren? Ja, ich, also ich, also ich habe das am Anfang selber gemacht, oder, auch da habe ich, weil ich am Anfang selber aufbauen, um den Prozess zu lernen und um das nachher jemandem weitergeben können. Ähm, ähm, und natürlich auch zum Schauen, ob, ob, ob die Zusammenfassungen, die sie schreiben, wirklich dem entsprechen, wo ich, äh, empfinde, wo ich auch als wichtig empfinde. Darum habe ich ein paar auch selber gemacht, aber jetzt habe ich auch Autoren, die das machen. Jetzt kommt ja gerade eine neue Herausforderung auf dich zu, oder allgemein als Unternehmen. Wie kontrollierst du, dass deine Autoren nicht ein AI-Tool nutzen? Ja, es gibt, es gibt so so AI-Erkennungstools und es gibt auch so Plagiats-Erkennungstools, ähm, und die nutzen wir natürlich. Also machst du auch wirklich auch Check zwischen denen? Ja, ja. Okay. Spannend. Ja gut, gibt es noch etwas, wo du möchtest Leuten mit auf den Weg geben, oder, äh, allen, die sagen, hey? Ja, also ich glaube, oder, was wichtig ist, finde ich, oder, viele Leute, äh, wollen wissen, was es braucht, um erfolgreich zu sein, und wollen, äh, Startups gründen und so, und, was ich gemerkt habe, ist, viele Leute schauen dann auf, äh, auf Leute, die Erfolg hatten, ähm, und sehen, dass die zum Teil extrem ausführliche Morgenroutinen haben, und weiss nicht was alles, ähm, und, was ich gemerkt habe, ist, das ist gar nicht, bei mir ist das erst nach dem Verkauf gekommen, oder es ist quasi nach dem Erfolg gekommen, wo ich dann effektiv diese Zeit gehe. Und wenn ich zurück schaue, an die Zeit, wo wir gegründet haben, und aufgebaut haben, ähm, ist es einfach nur das Arbeiten gewesen, oder, also wirklich fokussiert auch etwas am Arbeiten und machen, und eben nicht nur planen, äh, umsetzen, testen, ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man, äh, dass man erfolgreich sein kann, einfach, einfach intensiv auch etwas am Arbeiten mit Leidenschaft, und, ähm, und nicht eben die ganze Zeit analysieren, was machen die Wanderung und, äh, und, was kann man irgendwie jetzt, äh, noch raus holen, indem man jeden Morgen ein Eisbad macht, und weiss nicht was, sondern, irgendjemand muss die Arbeit machen, und, ähm, das habe ich das Gefühl, das, äh, könnte vielen Leuten noch helfen, wenn sie auf das fokussieren. Finde ich einen sehr guten Input, weil eben, man liest ja immer nur von den Vogelchen, die eh schon dort sind, und die haben natürlich auch die Zeit für das. Genau. Aber einfach mal wirklich hart bügeln, also hart, ja doch, hart bügeln, so wie früher, und so wie es unsere Väter noch gemacht haben, und Grossväter, das gehört eben schon auch noch dazu. Mhm. Oder? Ja, ja. Dann muss ich gleich noch schnell einen neuen Topic aufmachen. Die Jungen, die du ja siehst, die heutigen 20-Jährigen, ähm, sind ja ganz anders unterwegs. Mhm. Wenn du das so ein bisschen siehst, was halt ist von dem, was denkst du, ist das eine gute Richtung? Oder du denkst, mhm, genau so funktioniert es vielleicht nicht, oder wenn eh mal alle dann so unterwegs sind, dann funktioniert es eben auch wieder. Ich glaube, es kann schon funktionieren, ähm, ich will ja gar nicht urteilen, oder, ob jetzt das gut ist, wenn jemand sagt, hey, ich will, äh, ich will nur 80% arbeiten, äh, oder so etwas. Ähm, das ist völlig okay. Ich habe einen Kollegen, äh, einer, der hat schon früher, hat der immer irgendwie sechs Monate gearbeitet und nachher wieder sechs Monate Ferien gemacht, und so. Ähm, ähm, finde ich eigentlich einen super, äh, super Lebensstil. Ähm, wenn man aber eben selber etwas aufbauen möchte, ähm, dann ist es, äh, aus meiner Sicht enorm wichtig, dass man hundert Prozent dabei ist, ähm, ähm, weil sonst bringt man es einfach nicht am Boden, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, wenn das jemand schafft, dann, äh, huet ab, oder? Ähm, umso besser. Äh, aber, äh, bei uns hat es nicht geklappt, wenn wir nicht, wenn wir nicht wirklich A-Link gewesen wären. Ja. Okay. Also, dann sind wir ja, äh, gespannt, wie es weitergeht mit dir, Lukas, halt schon auf dem Laufenden. Gern, ja. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Spass noch, äh, mit Höhlener Löwenau, die Sendung findet jeder am Dienstag, glaube ich, aktuell statt. Immer am Dienstag, Viertelabachti auf 3 plus. Haben die auch noch Ihre Wählerbotschaft bekommen? Genau. Habe ich es wieder gut gemacht, als ich war. Hast du dir gut gemacht? Du darfst wieder bleiben. Ja, genau. Ich glaube, nochmal. Also, Lukas, herzlichen Dank, bist du da gewesen. Meine letzte Frage ist immer, Flowlevel 1 bis 10, jetzt hättest du gerade etwas zu sprechen. Wir waren bei 6 Uhr gewesen, immer noch 6. Ja, jetzt, nein, jetzt bin ich auf dem 8 Uhr. Super, cool zu sprechen. Hey, schön bist du da gewesen, alles Gute, Lukas. Danke dir vielmals. Merci. Vielen Dank.